Die 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 Geh mal hier rüber. Ne, hier, hierhin, Satz. Dann guck mich mal an. Geh mal hier so hin. Sag mir mal, wo wohnt denn dein Papa jetzt? Da? Ja. Sag's mal. Da. Wo hin? In den oberen, mittleren. Aha. Von uns. Jawoll. Und, sind noch ein paar Zimtis dabei? Ich weiß nicht, ob noch welche da sind. Die haben auf jeden Fall nicht. Da ist ein Zimtstern. Hey, Kilian. Du kannst die Sachen doch auch mal aufweisen. Na, lasst euch fängen. Okay, dann findest du das lustig. Und hier noch das Infosom. Sarah, was sind denn für dich tausend Gründe für Krawall? Yippie, Satzah. Yippie, Satzah. Was ist mit dir los, Sarah? Hilfe! Hallo Papa. Hallo. Wer sind Sie denn? Kilian. Wie Kilian? Welcher Kilian? Kilian Krötzsch. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Aus Deutschland? Nur aus Deutschland? Nee. Krass. Was machst du hier? Das ist doch hier nicht Deutschland. Wir sind in Deutschland, aber die Stadt heißt anders. Aha. Wie heißt die Stadt? Das ist ein neuer Weltrekord, Leute. Und was machst du hier? Das ist ein neuer Weltrekord. Leute, das ist ein neuer Weltrekord. Wer ist denn die junge Frau hier? Meine Schwester, Sarah Machnia. Ich bin ein neuer Weltrekord. Wir sind beide Weltrekorde. Cool. Dann treffen wir uns heute Abend mal auf den O-Saft. Ja. In der Wohnung von eurem Papa. Und da reden wir mal über ein Weltrekord. Ja. Bis später. Auf Wiedersehen. Mach ein Foto von mir. Mach ich. Mach ich. Und das ist glücklich. Ach du ein Fisch. Fisch. Ich bin noch falsch. Tief auf. Fisch auf. Juhu. Ohhhh! Ahhhh! Hallo! Kaffeein! Ein Film habt ihr vor. Wunderfreie! Hier. Ähm, Faglo? Nochmal. Faglo? Ja. Und der größte Berg aller Zeiten heißt Kilimandscharo. Und warum heißt der Kilimandscharo? Weil er so hoch ist, dass 100 Kilians da drauf fahren können. Aha! Und womit fahren die da drauf? Mit dem Schnee oder Popo Rocha. Cool. Oder mit dem Skiern. Gut, dann lass uns jetzt nochmal Popo rutschen hier. Oh Mist, ich hab nicht gehört, dass es nicht rießen. Sondern? Hm, keine Ahnung mehr. Wieder vergessen. Film mich mal! Wer ist denn da noch? Lass mich mal filmen! Okay. Wo sind wir denn jetzt gerade? Nein, ich mach selbst. Ach! Ich bin nicht erschöpft. Jetzt schneit's auch noch. Und es schneit Schneebälle. Wer weiß. Wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Naja, kommt runter. Gut, vielleicht geht ja der Papa mal ins Bild und klärt uns auf. Wie heißt denn die Stadtsache? Wo ist denn der Papa? Ich seh ihn gar nicht hier. Äh, da ist er. Hallo Papa! Hallo! Wo sind wir denn jetzt gerade hier? Dresden. Ach, scheiße. Ups, ne, Leipzig. Entschuldigung. Okay. Jetzt haben wir das endlich aufgeklärt, Kinder. Also, Kilian, wo sind wir? In Leipzig. Papa, kannst du mir sagen? In Leipzig. Okay, alles klar. Wo sind wir jetzt? In Leipzig. Also, weiter mit Popo rutschen. Aufsehen! Was hat denn gesagt? Der Frau mit Horm. Der, der Frau mit Horm. Der, der Frau mit Horm. Der, der Frau mit Horm. Warte mal, das müsste... Ich will da auch runterfahren. Dann? Eigentlich ist das so, wie das? Lass uns runter! Nein! Pass auf, pass auf! Wow! Achtung, Achtung! Hier spricht der Skibetrieb. Nehmen Sie die kleinen Skibürmer von der Bahn. Wo sind wir? In Leipzig. Da haben wir es. Und hier gibt es sogar einen Zoo. Deswegen kenne ich das Wort Leipziger Zoo. Aha, das sagen die Polen auch immer gerne. Leipziger Zoo. Untertitelung des ZDF, 2020